Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch das Thema Luftmaschen durchgehen. Also mit Luftmaschen beginnen wir jede Arbeit. Ob das jetzt ein Schal ist, eine Mütze ist oder oder oder, mit Luftmaschen beginnen wir jede Häkelarbeit. Dazu nehmen wir uns die Wolle, die wir uns ausgesucht haben. Ich habe jetzt bei mir einfach ein angefangenes Knäuel genommen. Ihr habt natürlich dann ein neues liegen oder zum Testen auch ein angefangenes. So, entweder macht man die Schlaufe mit der Häkelnadel oder der einfache Weg mit den Fingern. Dazu nehmen wir unser loses Ende, gehen einmal um unseren Zeigefinger drumherum, so dass es dann hier im Finger ein kleines X ergibt, lösen die Schlaufe, die an unserem Zeigefinger ist, schieben ein Stück von dem losen Ende durch, wie beim Schnürsenkelbinden, könnt ihr euch das vorstellen, und nehmen dann den Faden, der hier rausguckt, und ziehen den einfach so ein Stückchen an. Der Arbeitsfaden, das ist der Faden, der zur Wolle hingeht, an dem können wir jetzt unsere Schlaufe größer und kleiner machen. Dann geht diese Schlaufe auf die Häkelnadel, wir ziehen es nochmal kurz an, haben es dran und können los häkeln. Wer das mit der Häkelnadel machen möchte, macht es ganz genauso. Der macht sich seine Schlaufe, holt sich dann mit der Häkelnadel das durch und zieht es fest und hat es auch dran. Ich zeige euch das nochmal langsam. Also, eine Schlaufe, die lösen, das lose Ende querlegen, so dass das dann in dem Kreis ist und uns anschaut, dann holen wir uns mit der Häkelnadel den Faden, ziehen an und haben unsere Anfangsschlaufe. oder um den Zeigefinger einmal drumrum, vom Zeigefinger gelöst, den losen Ende hier dieses, quergelegt, durchgezogen, da haben wir auch unsere Schlaufe. Angezogen und wir können los häkeln. So, jetzt nochmal ganz nah zum genauen Gucken. Das lose Ende des Fadens geht um den Finger, bildet hier ein X, dann lösen wir die Schlaufe vom Finger, nehmen unser loses Ende, schieben es ein kleines bisschen in diesen Kreis, ziehen fest und haben unsere Anfangsschlaufe. oder unser Kreis gemacht, Kreis gelöst, rübergelegt, so dass wir das lose Ende sehen, hier ist ja dann der Faden zu Ende, hier sehen wir es, drunter durch mit der Häkelnadel gleich und angezogen. Dann kann man es noch an den Fäden ein bisschen festziehen und hat den Faden auf der Nadel. So, jetzt die Luftmaschen. Faden aufnehmen, ich gehe mit dem Faden zwischen Kleinfinger und Ringfinger rein, gehe zum Zeigefinger hoch, umschlage das zweimal, umschlagen und habe meinen Faden straff. Jetzt nehmen wir unsere Häkelnadel, gehen mit der Häkelnadel von unten zum Faden durch, drehen die Nadel ein kleines bisschen, so dass der Haken den Faden mitnehmen kann. Wie ihr seht, der Haken nimmt den Faden hier wunderbar mit, wir ziehen ihn durch die Schlaufe und haben unsere erste Masche gehickelt. Jetzt wieder, der Haken nimmt den Faden mit und durch die Schlaufe und wir haben unsere zweite Masche gehickelt und unsere dritte. Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Ihr seht, immer das Eindrehen Wir holen uns den Faden, drehen die Nadel ein und durch die Schlaufe durch. Nadel holt sich den Faden, wir drehen sie leicht ein, einfach so eine Halbdrehung. So eine Halbdrehung, eindrehen und durch. Und so bildet sich unser Anfang Einfach so eine Halbdrehung und durch. Faden holen, hier einfach von unten, Halbdrehung und durchziehen. So meine Lieben, Und das war jetzt eine Luftmaschenkette. Weil das ergibt jetzt wie eine kleine Kette mit verschiedenen Kettengliedern. Hier sieht man es ganz toll. Eine lange Schlange und auf der können wir dann weiter häkeln. Das ist jetzt erstmal der Anfang für das Gerade. Der Anfang für runde Sachen, das machen wir später. Jetzt erstmal das Gerade. So meine Lieben, ich hoffe, das hat euch jetzt schon mal ein bisschen geholfen. Wir gehen dann im nächsten Teil schon in die erste Masche rein. Da machen wir dann die feste Masche. Das mache ich dann gleich auf diese Luftmaschenkette drauf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.